Halb zwölf sind wir angemeldet. Ich und der Wurzeltomi. Der Wurzeltomi kommt aus Memmingen. Ja, macht YouTube-Videos. Wir machen YouTube-Videos. Ich mache Wurzeltomi-YouTube-Videos und er macht TikTok-Videos. Er macht TikTok-Videos. Nein, eigentlich sind wir Gärtner. Ich bin ein sehr vernünftiger, netter Mensch. Ich beschütze immer die Schwachen und so. Ich schaue, dass die Gerechtigkeit kommt. Ich pflanze immer Samen. Das ist der Wurzeltomi. Der sorgt sich halt für unsere Seelen. Und hilft auch jedem. Das ist ein gutmütiger Mensch. Also Gott beschütze Wurzeltomi. Gott helfe mir ein bisschen mehr, dass ich nicht so viel konsumiere. Ja, dann musst du halt einmal aufhören, gell? Ja, also ich will dem Kinder. Ich habe Kinder. Ich will leben. Und ja, zum Superodum. Paternissusus. Tripikospitata. Vitechi. Silia Cordata. Kwerthus Robo. Ibericum Avium. Mein Name ist Irfan. Der alte Opa-Rappermann. Hört meine Kuletexte an. Ja. Ja. Mir fällt jetzt koalierter. Sieg du! Wir rauchen jetzt, wir sind zum Mittagessen. Heute gibt es ja dann Mittagessen. Stark!